Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, hier zu sein, was meine Menschen können, und hier was Bautschaften bringen, ich freue mich für das letzte Leid, das in Halleluja singen, und ich freue mich, was ich sehen kann. Ich will von den Himmel reden, und wenn dort nicht irgendwer mitgeben, dann sind wir dort schwierig mitgegangen. Das ist eine Botschaft, das ist eine gute Botschaft, da sind zehn Zweifel, und das wird anruhen. Und so diese Leider singen, wo die Herrlichkeit uns, wo Jesus aus dem Graf abgestoßen hat, und wir singen Halleluja. Aber die Leute sagen nicht, wie wir uns wirklich freundet haben. Ich will ihnen dort vertellen, wie wir uns freundet haben. Die Bibel sagt, nicht sehr viel, aber die hat uns ein kleines, kleines Blick, die hat uns an den Himmel nähen. Und so ich will ans Proven und sein, wie wir uns am besten machen können mit dieser Botschaft von der Leid. Und so die ich will an den Himmel reden. Von der 1. Korinther 13, Vers 13 sagt, diese wird nu bleiben, ans Glauben, Hopen und Leid. Diese drei, wo die Grathe von dieser Leid ist, Leid. So wenn er hier von der Leid, dort ist, wo wir von der Leid leben. Dort ist vor, ans Glauben, das ist ein Geschenk mit dem Ertau. Den Glauben, was Jesus getan hat, um den Krieg. Das ist vom Krieg gestorben, und das war der Tag abgestoßen. Halleluja! Und dort ist ans Glauben, wie wir ihn leben. Und so der Leid ist von der Leid, über die Hopen, als wir an der Zukunft haben. Das Lied, wenn wir die Hopen nicht haben, wir waren für sie. So, wir möchten das Hopen nicht haben, was ich hoffe, ich kann sagen, ist, ich kann den Blick in kleine Pässe klar erwiesen, dass wenn wir hier in Trübel sind, wir können sagen, dass wir versorgt, dass wir anmutig sind, dass wir irgendetwas damit geworden sind in unserem Leben, dass wir uns mal geschlagen haben. Das ist das Hopen, das wir nur haben. Und das ist unser Ziel. Wenn wir nicht ein Ziel haben in unserem Glauben, wir waren versorgt in unserem Glauben. Wir haben unser Leben erst nicht alle Tage ein sehr schönes Leben. Stimmt das nicht? Endlich ist diese Botschaft, es muss eine halbe Botschaft. Wenn wir bloß in den Himmel reden, die andere Helf von der Botschaft, die kommt zu Mars, und dann wird von der Halle reden. Wenn wir bloß in die Botschaft gehen, dann kommt von dir, aber dann kommt nichts in zu Mars, denn das wird nicht eine schöne Botschaft sein. Aber das ist die andere Helf von dieser Schicht. Ich will hier von der Halle bloß an den Himmel reden. Wir wissen das. Wir haben das immer geheht. Wir glauben das auch. Der Himmel ist bloß für Glühende. Der Himmel ist bloß durch Jesus Christus. Und so was Bruder Norman, der los 1. Thessalonicher 4.8. Warte auf. Laten wir den noch einmal im Klima zu lesen, und dann noch einmal in der Beste eine Ausleitung haben. 1. Thessalonicher 4.8. Sag ich, aber willst wir zum Dach hier hören, weil wir Klodeng und Glauben und Leib aus dem Brottsschild drehen und hoffen auf unsere Seiligkeit aus dem Schutzhelm. So, wir wollen den Schutzhelm... Haben wir hier ein Motorrad vor? Hier mal vorne. Wer gleich hier ein Motorrad vor? Brücke hier ein Kasko. Das ist ein Kasko, Bruder. Dort ist es, wo wir uns gelaufen, sagt er hier, oder die hoffentliche aber die Seiligkeit aus dem Schutzhelm. Und so, dass wir uns nicht vor den Kopf stehen. Und so, dass wir ein Klodeng und Hohlen wollen. Und so, das ist, was er hier von der Rede. In dem Fall sagt er, Gott hat uns nicht dort bestämt, dass uns sein Recht treffen soll, aber dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus sein sollen. Das ist das, was er bestimmt hat. In jeder Einflanz, in der Familie alle Menschen, alle Menschen auf der Welt, haben sie bestellt, haben sie bestimmt, dass sie alle kennenzulernen sollen. Wir wollen nicht sagen, weil wir schauen, nach dem Himmel, denn dann ist eine Freude. Haben die Menschen, wo alle der Rühmte werden? Das wollen wir Ihnen noch wissen. Und so, dass wir uns jetzt, dass wir uns jetzt, wenn wir uns immer weiter sind, damit wir uns leben können. Wir wollen, wir müssen uns einander mit, und wir können uns einander mit, so wie wir uns auch alle tun. Das ist mein Seil von uns, dass wir uns mit uns mit uns machen können, und wir können uns ein Gerät mit dem, die wir haben, die wir haben, und das Leben haben, und wir haben die Hoffnung auf den Himmel. Können Sie Menschen, was die Menschen immer überdrehen? Was immer die vertellen, wenn Sie einen Kaffee direkt mit der Taub, dann vertellen sie in die Geschichte, und dann weiß ich, dass Sie nicht, flech, die Hoffnung sind. Und dann wird sie immer überdrehen, nicht? Sie haben alle Namen auf dem Kaffee, wie ich alle, die Freunde das mit, ja, das ist das, das ist das, das ist das, die überdrehen. Und ich will, dass sie sehr überdrehen, was ich abends kann, was würde ich, wenn ich sage überdrehen, und dann hat das noch nicht mal überdrehen. Ich kann nicht sagen, wo scheinen der Himmel aus, dort, wenn es ein Kind in Klien wäre, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Kinder waren die Spiele, und die haben eine Imagination, die Mälte, die haben Poppen, die haben Hieser, die haben Köken, die haben alle Dinge, ich habe immer trägt aus dem Korn, in Trox, in einem Garten, und ich konnte grünen für mich da, wenn es ein Kind wäre. Und ich konnte nicht mehr nun kommen, meine Familie, alle in Ordnung zu halten, ich konnte nicht mehr kommen, die Buerkfirma, ich musste mir von Bern gehen, mein Monopoly Geld holen, damit ich mein Geld, alle, damit ich weiß, wie viel Geld ich hatte. Und das wird alles imagination, nicht so? Lass mich mal was vorlesen, ich halte diese Gedanken ein bisschen mehr an, ich will 1. Korinther 2, Vers 7, anfangen zu lesen, das sage ich hier, das war Paulus Schrift der Korinther, und er sagt, wir reden von einer Weisheit, die Gott geheim hält, er hat dich überall von Ewigkeit her dort bestämt, dass wir durch dich sollen heilig gemacht werden. Keiner von dir, die die Macht haben, diese Welt haben, diese Weisheit verstehen, will, wenn sie das verstehen haben, haben sie den Hörn, der so herrlich ist, nicht die Christi. Hör ich mal bitte her, wenn die, was Jesus Christi ist, wenn die dort gewusst haben, wird der Himmel bekehren. Mein Ziel ist, das finde ich auch, direkt in der Botschaft ist das, da werden sich vernünftig, was werden die Menschen bekehren. Willst du das haben? Unbedingt will wir das haben. Lass mich mal die nächste Verschein lesen. Verschein, und wenn du so, was geschrieben steht, was kein Uhr geschehen hat, kein Uhr geheht hat, und woran kein Mensch gedacht hat, hat Gott recht gemacht für dich, die am Gott sei. Lass mich das noch einmal lesen. Was kein Uhr Uhr, was kein Uhr Uhr geschehen hat, hast du noch niemals geschehen. So ein Schmackert, hast du noch niemals geschehen. Was noch kein Uhr geheht hat, denn wenn die Musik auch seine Schein heht, das ist noch nichts. Die Musik, die wir von uns aufschauen, wird ihm verlegt, als nüch. So scheint. Und dann sagt er, wird noch kein Mensch nicht mal gedacht hat. Mir hat sich gelegt, was von wild imagination you might have. Your imagination is not big enough to understand. Und ich weiß, und ich glaube, ich sehe, ganz gut, und meine Gedanken, ich kann meine Dinge aufbilden. Ich will noch einmal Hollywood für eine Moviedirektor sein, denn ich habe alle die Bilder, das reicht hier alle im Kopf an. Ich weiß, wo das Loten wird gehen, aber das kann ich nicht. So breit, so wild, als meine Gedanken noch nicht. Das würde ich hier sagen. Ich sage wieder, wenn wir uns Gott haben, das weiten Loten, durch seinen Jäß, den Hei an sie jeft haben, weil der Jäß forscht alles nur, sogar Gott, seine deepste Geheimnisse. Und so hier wollen wir uns proben, einen kleinen Blick zu merken. Und ich weiß, ich werde proben, das sehr gut zu merken, was ich da aufhören kann, und das ist noch nicht, wo das wirklich ist. Da wird noch mehr in die Rater sein, was ich da aufhören kann. Wenn wir von der Reden daun, wenn wir gestorven sind, in Christen gestorven sind, wir sagen, wir brauchen die Wiedessen im Himmel. Und was meinen wir mit dem Himmel? Wenn du stierst, wo sind die? Die sind im Himmel. Wolken, die sind im Himmel. Die Regenbos, die sind im Himmel. Und alles, was meinst du mit Himmel? Und so, wie das Wort Himmel essen, in seiner breite Meinung. Und so, wir reden schon jetzt im Himmel hier vorne, aber wir wissen nicht wirklich, wo das ist. Ich sage, das ist da irgendwo. Endlich wo das ist. Und das ist, was wir sagen. Und die zweite, wir lesen dort, dass Jesus, wenn es der am Krieg wäre, der an der Mörder, der Bogen wäre, Jesus sagt, von der, wo du mit mir ein Paradies sein. Was mein dort Paradies? Da wurde vorhin gesagt, dass die Gordeneiden, wo Adam und Eiffel, die wären im Paradies. Und das ist der Gordeneiden. Da wurde, je wenig wurde gesagt, wenn du das studierst in der jüdische Sprache, da ist es in Gordene, in sehr schmocker Gordene, wo es viel Frucht ist. Dort ist es, was im Paradies ist, in sehr scheine stehen. Wie meistens, wir leben dort, wenn in Nü, der Himmel wird noch gebetet. Jesus ist wie ein Carpenter, oder wie ein Bürmeister. Und die Bötefläge haben, ich weiß nicht, ob die den Himmel anbüren sind. Aber die Nühe Jerusalem, dort kämpfen wir auf, weil diese Welt zu eng ist. Weil die Menschen, die Christen sterben, die sind in Paradies, die sind in der Gouden Städte. Aber es ist noch nicht einmal, dass die Nühe Jerusalem, da ist noch eine besondere Städte, in der Kamp nach Lotha. Und so, die sind da, die sind da, weil es nicht in Jerusalem kommt, dass die da auch, wo wir nennen kommen. 2. Korinther 5 Versaar sagt, Da werden wir gebetet, bleiben wir gebetet. Wir warten, solange wir in dieser Scharpe wohnen, sollen wir noch nicht bei dem Herrn. Wir leben noch in der Zeit, wo wir leben, und noch nicht, wo wir sein. Wir sind aber ganz gebetet. Wir würden viel leben, an diesen Scharpe verlassen, und zu sein, zu sein, zu sein, wie wir uns da noch bangen, da wir uns, da wir uns, da wir uns, melestet, am zu gefallen, und da wir hier sind, oder auch zu sein, wie am. Wir möchten alle für Christus, die recht, wir möchten alle für Christus, die recht, lo, mein Heimel, wir möchten alle für Christus, die recht zu kommen, dass in jeder sein Land kriegt, für was er in diesem Leben, wenn ihr da habt, aufgaut oder schlecht. Und so die Schrift, die redet meistens von, dass wir belohnt werden, und ich weiß nicht mehr, was die Belohnung, was das meint, wer wird belohnt worden, wovor wir belohnt worden, aber das redet immer von, eine Belohnung. Und da ist aber, ich habe nicht eine sehr klare Lieder an, weil es mehr als das geht, wenn ich im Himmel kann, Flurwaschen, dann ist es mehr gut. Dann, ich will sie durch. Und so, was da für eine Belohnung wird sein, das weiß ich nicht. Wir wollen noch mal hier, in den nächsten Botschaften, von Engel, dass Engel wird sein, unser Diener. Ich weiß auch noch nicht, wo dort wird ich helfen. Ich finde, im Restaurant, dann will ich noch einen Limonale haben, und die Kirche, dann gehe ich mir wirklich einen Limonale holen. Und so, da waren wir ein bisschen Engel, wo wir sagen, komm, bring mir mal noch einen Koffer koffer. Ich will nicht in den Schriftstädten wesen, wo das da noch haben. Und so, wir würden viel lieber da sein, durch die Arme, als hier. Und ich weiß auch, besonders junge Leute, die haben noch alle Dinge, die wollen noch erst das tun, noch erst das tun, noch erst da tun, noch erst das tun, noch erst die Kinder, noch immer die Jugend, die wollen sich erst befreien, und so etwas. Aber ich glaube, wenn ich diese Botschaft vor mir anscheiden, dann würden diese Dinge vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht lieber das tun. Ich weiß nicht, aber ich würde das tun. Ich würde das tun. Ich würde das tun. ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was, ich will noch, ich will noch, ich will noch ein bisschen sagen, und dann, wenn ich mich besser verstehen, was ich meine, das ist ein Licht, dieses Welt ist nicht in meinem Haus, ich bin nur durch. Das ist ein Welt, das ist nicht mein Haus. Ich kann das noch viel besser verstehen, weil die Arme wird wegnehmen, ich bin mir wirklich frei. Aber wenn ich, solange ich das nicht werde, dann werde ich die Christen sein, und das werde auch scheinen. Johannes 14, das ist eine Bekanneversch, und weil ich ein Vorbild lesen, von Johannes 14, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, er sagt, loht euch nicht, das hört bei euch, und lebt an Gott, und lebt auch an mich, in meinem Vorderseinshaus, und in meinem Vorderseinshaus und in meinem Vorderseinshaus und viele Wohnungen. Wenn ich mir ein Bild geben, das erste Bild, das ist, wenn Jesus hier spricht von Wohnungen, in Englisch, das spricht von Menschen, ich weiß nicht mehr, was das ist, wenn ich das lesen in der griechischen Sprache, das ist eine Wohnung, das irgendwo steht, zum Wohnen. Aber wenn du dir ein Haus büßt, das eindinkt, und ich weiß, Norman kann sehr schmackige Hüse bühen, ich sehe da wenigstens Phobie vor, wie die Hüse, aber Norman, ich will die nicht belegen, und irgendetwas, ich lebt die Hüse, im Filetten mit dem Himmel, das ist ein Monat, das ist gut, aber das ist ein Monat. Und, und so, wir leben alle das, was fuck, was sie aufhören. Und so, hier sagt er, Jesus sagt, ich meine, vor der Hüse sind viele Wohnungen. Wenn Gott wird bühen, oder Norman wird bühen, wer lebt ihr, wird das besser getan haben? See, das Bild hier, das ist eine Wohnung. Würdest du das vorstellen? Nicht wunderbar für eine Wohnung, aber es ist eine Wohnung, so, ich habe mal ein Bild, was ist dort? Ah, das ist alles, das ist alles, das ist alles, das ist alles. Was wird das dann? Was für eine Wohnung, die Jesus redt von, und mit vor der Hüse sind, und viele Wohnungen, wird das dann zu unterstützen? Ja, wie ist mir noch ein Bild? Ah, das ist alles. Auf Engelschland sind Menschen, das wird alle Menschen sein, Jan Ahnung, das ist eine Wohnung. Und so hier, aber was wird das dann, was für ein Modell, was in die Handel, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Gott verstaut hat, ob Gott verstaut hat, das habe ich mir ein bisschen verstaut, weil, ich weiß nicht, ob es meine verstaut hat, ich weiß nicht, ob es meine verstaut hat, aber, ich lebe, ob es gut ist, nicht so? Und so, ich rede hier von Wohnungen, ich will hier noch ein bisschen wiederlesen, in Johannes 14, nicht hin, wenn das nicht so wird, wie ich Ihnen dort gesagt habe, ich gehe, eine Städte rein zu merken. Und wenn ich gehe, eine Städte rein zu merken, wo ich direkt komme, und wo ich Ihnen dort hinnehme, dass die dort geworden sind, wo ich sie. Und die weißen, wo ich hingehen, die weißen, die weißen, die weißen, die weißen, die weißen, die weißen, die weißen. und ich sage, das kann ich nicht wirklich sein. Das ist bloß meine imagination. So, das ist so weit, als was mein Verstand lieben kann. Er kann nicht sein, wo er keinen Schmackreduß sein kann. Aber das Tolle ist, was noch niemals aus einem Menschen, die nicht einmal in den Gedanken angekommen hat, dass er keinen Schmackreduß sein kann. Er kann es nicht verstehen, dass er keinen Schmackreduß sein kann. Er kann mir das nicht verstehen, aber er keinen Schmackreduß. Er kann keinen Menschen in die Gedanken angekommen. Und zu Jesus er hat, er merkt, diese Städte rein, und wo er verhauen wird, wie kann er herkommen und leg die weißen, den Weg. Durch Jesus Christus sie vergotten und blauht, dann kommen wir, wie er diese Städte. So wie das wird? Nein, wie das nicht wird. Das wird er uns geben. Er hat uns doch nicht in der Freude. Wenn ihr in der Bibel merkt, dreht nur Openbohrung 21. In Openbohrung 21 dort lief ich ein kleines Meier in Blick, ein kleines Fenster, wo Gott uns aufmerkt. Und die einzige Ursache, worum du uns aufmerkt willst, wie sollen wir da auf dem Glauben leben? Riecht uns dort nicht auf, wenn Jesus uns verspricht, wie die Worte im Himmel kommen. Riecht das nicht auf. Nein, das nicht. Uns Glauben ist zu schwach. So Gott hat uns ein kleines Betenbilde geeft, wo wir können nun gehen. Und wir können uns verstellen, wo es dort wird sein, und das geeft uns mit. wenn du die beträgt, oder schwach, oder wenn du in deinem Kampf bist, lese das Kapitel und dann wirst du ein kleines betenbilde. Und dann weißt du, woran ich das durchgehen kann. Was ist das für? Du bist das für. Ich will die Verschlesen in der Erklärung geben. Sie haben viele Dinge in jedem zu betrachten. Wir wissen das, ich sage einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn der erste Himmel und da ist kein Meer. Der Himmel und eine neue Erde. Auf Engels würde ich sagen ein ganz neuer Himmel und eine ganz neue Erde. Ich frage mich, warum nicht mehr? Ist das ein Meer nicht mehr? Erklär das schmack? Aber ich sage, es wird kein Meer sein. Aber da weiß ich noch nicht, warum es kein Meer sein wird. Ich habe eine Jugendfreizei in Kanada 14-15 Jahre jungen, die nicht viel von Musiker und dann fragte mich, die ist ein Himmel, wo er noch irgendetwas anders ist. und es muss haupt spielen. Irgendwo hat ein Bild sein, wenn du im Himmel wirst, dann musst du haupt spielen. Das ist alles, was dort zu tun wird. Das ist alles, was dort zu tun wird. Es ist eine neue Ede, eine ganz neue Ede und eine ganz neue Himmel. Das wird alles sein. Und der zweite Pfarrer sagt, und dann sage ich Johannes, der heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel raufkommt, als eine ausgeströmte Brut reiht für Erdenmann. Aber alles und frühe, ich habe eine Frühe für Juden. die 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 schafften wurden gefordert, wird bei der schweig. Die die sind die 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 we die nicht verstehen. Jungs, wir können das nicht verstehen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber das ist was wir tun. Da ist eine Brut von dir, und wenn du einen Kumpel kam, sehr stark für eure Brügel, da ist niemand der Strom gelegt in ihr Leben. Nicht so, meine ich. Wir sehen alle und öppnen Kassel. All die Brügel, die mätbrügel, die stehen, können wir sehen. All die Brügel. Da ist kein Strom in das Bild, das Johannes verlegt hat, als eine Brügel. Reicht für eure Brügel. Das ist das Stromste Ding, das er kann. Wir verlegen alles. Wir tun immer alles verlegen. Johannes, der sagt, das nicht in Jerusalem. Und er hat keine Wege, um das zu sprechen. Er sagt, dass es so Strom als eine Brügel. Die Reicht für eure Mann ist. Kein Ding, als Stromer, als dort. Das ist das Stromste Ding, das er weiß. Und das wird er mit verlegen. Nicht dort, das in Jerusalem wird nur eine Brügel. Das ist nicht dort. Aber er verlegt dort. Er sagt, wie er nach hier in der Lüde sterben vom Himmel sein. Check ihn mal. Nu erst Gott seine Wohnung machen Menschen. Und er wird mit einem Taub wohnen. Und er wird sein Volk sein. Und Gott wird selbst mit einem sein und er Gott sein. Und Gott wird an alle Thronen von der Jungen wachsen. Da wird kein Dau, kein Trühe, kein Hegel sein. Und er wird das Wort verheirrt, wie er ist verschwommen. Ist das nicht was zu verfreien? Ich weiß nicht, wie wir hier sind alle freundlich. Aber ich weiß nicht, wir haben alle gewundert Dinge, wo es sehr schwer ist. Wo es viel Thronen kostet. Aber da wird nichts mehr gesagt. Dann soll er von los. Das wurde er uns hier verspricht. Dann sieht er, dann sieht er, der auf dem Thron steht, Check ihn mal, ich mag alles nicht. Und er sagt zu mir, schreibe, wie es diese wird sein. Wahrhaftig, ihn ab zu verlassen. Ich stelle mir fair, dass Johannes, wenn er da sagt, wir sind in Patmos Insel gewesen, wo er geschrieben hat, in der Heilbahn gewesen. Wo er den Slaven Johannes hat gesehen, wo er diese Vision kriegt, und er schreift die Autor. Was ich nicht noch hören habe, ist, dass Johannes die Autor, er hat seine Ere in der Hand, und wenn er diese Vision sagt, wenn er das sagt, dass die Neue in Jerusalem, das kommt, dann muss die Engel auf den Schiller kloppen. Johannes schrieb das alles. Er bleibt die Autor mit dem Müll aufhängen, und er hat die Übung gerade ab, er hat ganz für jeden von geschrieben, und dann muss er ihm denken, er hört sich mal, Johannes schrieb das mal doch. Woran? Das wird er können. Das wird er auch können lesen, was er da sagt. Er glaubt, er wird ganz verbleibt, er kann nicht mal schreiben, aber die Engel am Seid schrieb das alles, und er sagt, diese Wörter sind wahrhaftig, und er hat geflogen. Und so das sind Wörter Wörter. Die nächste Versen, die wir noch mit Meier reden, ich werde die lesen, weil die sind hier, hier in der nächste. Er sagt, ich zieh das an, in der Auffang in der Engel, wer der Darstich erst dem, wo ich wirklich und umsonst von der Wörter über das Lebensgefahr zu denken gebe, wer am Kampf bestohlen bleibt, wird alle Orden in der Ecke sein Gott sein, und hier wird mein Seid sein, dann höchst du mal, ich lasse mich noch einmal lesen, wer am Kampf bestohlen bleibt. Wir sind Lied, wir sind in der Kampf werden. Ich kriege von dir aus, wir sind in der Kampf, wir sind in der Wörter, wir sind in der Kampf, und unsere Lebens, da können wir uns verlassen, da wird ein Kampf sein. Und ich sage, wer am Kampf bestohlen bleibt, der wird das Orden. Der Versuchte, und die Anliegen, die der Abschäsel, die Mörder, die Hörer, die Säuberer, die Aufjadern, alle Leer waren, der Knie in der Pfäsel haben, da war die Schäuble, der ist der Zweite, der hat die Möbeln mit. Die Achte Fäsel, das ist eine Gonserie, von der Mörder, die Hörer, die Säuberer, die Aufjadern, alle Leer, die Knie in der Pfäsel, da war die Schäuble, der war die Schäuble, und wer war das erste, ab der Lesbogen ist, was ich sage, war das erste, ab der Lesbogen ist, das habe ich versucht. In Engelschen, der New King James sagt, er sei cowardlich, da war das Angst. So wie von sohne? So wie von sohne? die sind zu Angst. Die, wie lesen dort in der Geschichte von Jesus, der Lettnis von Jesus, wo die eine, die fünf Graschen, eine zwei, eine eine, und da war die fünf gerecht, die verdäubelt dort, die fünf Meier, die war die zwei, die verdäubelt dort, die zwei Meier, und da war die eine, die Begräufe sind. Und, was sagt er zu dem? Die Angehorsammerknecht. Und er schickt ihn vor, in Matthäusbreif, da redet von, da wird sein Heulen und Zähne klappen. There will be weeping and gnashing of teeth. Jesus selbst bräuchte, bräuchte den Einspruch, bräuchte Feiermuhl, wo wir noch mehr von reden. Und so, und das hat er versucht, wie denken immer, diese sehr beise Menschen, die Mörder, die Hörer, die waren, aber wofür haben wir Angst, wofür Goven hast du, wofür du nicht, wofür du bist, die beste Angst. Weit ihr dort, wann einer Raum sitzt, und spazieren, wann du, wann du fehl, mit einer kleinen Gruppe reden, der ist immer, wann du nicht mehr goaded zu sein hast, und sagst du damit, eigentlich wir tun das alles dabei, und dann wird, wann wir vorbeifahren, dann wird er über den gespart. Vor der eine oder andere, war ich vorbeifahren, wird er über den gespart. Weit ihr, was da passiert, wann wir immer unter Menschen sparten, das nächste Ding, wann wir es dort tun, wir werden uns nicht, wir sind Angst, weil dann wird, die wird erst in den Kleinen sein, und dann wird sie sagen, weißt du, was du da noch mal sitzt? Und dann haben wir sehr Angst, weil ich lebe mannachlich, all jahres frühes. Und so, da wird sehr einfach so, was wir sagen, denn, wir tun Dinge anders, was wir im Mal getan haben, und so, dass wir nicht, in den Lernern kommen, wo wir so Angst haben, irgendwer, was zu tun, weil wir sind Angst, dass wir irgendwer, was zu uns sagen, und dass wir so Angst haben, überhaupt zu tun. Und so, wenn wir wieder in die Openbindung 21, verschnen, lesen, dann kam einer von den sieben Engeln, die mir, die die sieben kommen, von den letzten sieben Flogen haben, reden zu mir, und sie kamen, auch, wo die die Brüte, dort laufen sie in der Früh, wiesen. So, das war bloß ein Lecknis, dass wir nicht wirklich in der Früh, aber, dass wir, was sie erstrahmen. Und er drückt mich am Jästweg auf einen großen Hohenburg nach, und weist mir, der große Stadt, der heilige Jerusalem, wo die von Gott aus dem Himmel rauf kam. So, das heilige Jerusalem, das kam von Himmel rauf auf die neue Erde nach. Der wird da, von Gott seiner Heiligkeit, der leckte das so aus, in aller, dirste, dachste, jazbissteinen. Er brägt hier das Verliegnis mit, mit, christlichen Steinen, mit precious stones, mit seien, die steinen. Und so, das ist hier ein jazbisstein, das verdachte wir, das blitzerte Blanker, das verdachte wir. Und er hat auch eine große, er hat auch eine große Hübewohnung mit 12 Puten, und bei den Puten 12 Engel, und auf den Puten würden die 12 Stamm von Israel Da wurden drei Puten an der Außenzüde, drei Puten an der Nordenzüde, drei Puten an der Südenzüde und drei Puten an der Waasenzüde. Die Wand an der Stadt hat zwölf Grundsteine, und auf die Steine wurden das Land seine zwölf Aposteln an der Nomen abgeschrieben. Das ist ein Bild, wie das hier wurde. Die Wand an der Nomen abgeschrieben hat eine Galnerstange und die Stadt und die Puten an der Weg zum Meten. Die Servierer kamen vor dem, und die Meten wurde an der Alla Außenzüde. Da haben wir nicht mehr von den Neuenzüde. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist? Haben wir noch andere Bumessers? Hör mal auf. Komm an, Mann. Ge ich an der Bühne. Hör mal einen Tegelstahl gebeten, oder einen Heinerstahl, oder einen Schweinhock. Irgendwer habe ich hier gebeten. Ja, früh ist er hier gebeten. Da kriegt es viel frühes als Männer. Komm an, Jungs. Und so hat er mit mir zu reden. Lass ihn mal lesen. Er hat eine goldene Stange, die steht an der Puten an der Wänge zu Meten. Und die Stadt ist am Feierkant ausgelegt. Der ist so breit als lang. Er macht die Stadt mit der Stange. Und er macht 2.400 Kilometer. Und er ist so breit als hoch als lang. Das ist ein Kube. Wissen wir mal das nächste Bild. Die 2.400 Kilometer. Das ist, was er aussieht. Wann ab Mexiko. Da kann ganz Mexiko werden. Deshalb wird es eine Stadt. Und dann ist es noch ein Teil übergeblieben. Wie als in Mexiko. Da sind nicht nur ganz 2 Millionen Quadratkilometer. Das ist 1.944.000 Quadratkilometer. Das ist von groß in Mexiko. Das ist ein Staat, das nicht in Jerusalem. Das ist 5.760 Quadratkilometer. Das ist, was die Bibel sagt. Recknen die das alles aus, wenn ich nicht leise. Und so Mexiko. Das ganze Land Mexiko. Das kann man nennen. Und dann erst noch. Drei Mal kann Mexiko in der Stadt nennen. Bloß in Jerusalem nennen. Das ist noch eine neue Ehe. Oder noch? Das sind wir nicht am vierten von der neue Ehe. Das ist noch mal der Stadt. Und so kann Mexiko dreimal nennen. Wenn wir den in der Stadt nennen wollten. Dann wäre bloß 40% der Stadt nennen. Anders würde alles in der Stadt sein. Eingestattet. Wie denken wir an. Was wird der Ruhm im Himmel für alle sein? Das sind gerade nun. Das sind meist gerade ungefähr 7.900.000.000 Menschen, die nun auf der Erde wohnen. Das sind ungefähr 107 bis 110.000.000 Menschen, die nun auf der Erde wohnen. Das können sie nicht. Und das ist warum ich will wissen, wie groß die Stadt ist. Und wenn ich mit dem Ausrechnen, dann werde ich mit dem Ausrechnen, dann werde ich mit dem Ausrechnen, die können sie nicht. Gott will, dass alle sollen gerät werden. Wenn sie will, dass alle sollen gerät werden, wollen sie dann eine Städte haben für dich? Natürlich. Sie haben eine Städte. Sie haben eine Städte für jeden. Ob das die ganze Welt gelebt haben. Sie würden alle lernen können. Dort ist viel größer. In Bolivien hat man 1.800.000 Quadrote Kilometer. Wo hat diese Stadt... das habe ich einmal durchgeschrieben. 5.750.000 Quadratkilometer. Normalerweise sieht man hier, diese Kolonie, die wir angefangen haben, mit 10 Quadratkilometer. Oh, das ist ein Messer jetzt. Das war eine Messer-Kolonie. Wie ist das Brot mit? Wenn man ihn dort... Wenn ich mal was dort, das ist dort, da ist 2500 Kilometer eine Waage und der andere Waage, weil es auch 2500 Kilometer hier, da, da, kostet das Ding. Seinmal, steht ja was, wo die Skyscrapers sind. Wie viele Stöck sind in Bern? Ich glaube, es sind Skyscrapers, die 100 Stöck hoch sind. Irgendwer Architekt, der hier sagt, die müssen wir vielleicht nicht mehr haben. 100 Stöck hoch. Ich möchte es gleich sagen. Ich würde mal ausrechnen, dass wenn du ein Haus, ein Gebiet hast, das ein paar Relations, dann ist das 20 Schau Flügel hoch. Aber das istே ein 8 Schau Flügel, inte so. Als wir 20 Schau Flügel hoch sind, dann kostet es noch die Flügel hoch. Da kost es auch sehr Strom. Wenn du ein 20 Schau Flügel hoch bist, wo viele Stöck kommt? Das sagt ich nicht mehr aus. Wenn jeder Stock 20 Schauholtz oder 6 Meter hat, dann ist die Stock hoch, 400.000 Stock hoch. Das steht, was ich mir bestellt habe. Ich glaube, ich war bei den 278.548 Stock, wo ich war. Okay, ich weiß das alle nicht, aber das möchte ich mir beteiligen. Aber ich brauche uns hier etwas in Bild zu machen. Wo ist das möglich, wo groß ist das in der Wirklichkeit? Und so, da wird noch mehr Zeit, wenn du noch was mit dem Nürburgring spazierst, da war ich nach jedem Moment in der Schule mit dem Feld gekommen, wenn du was vor dem Spazierst. Und ich weiß nicht, ob wir vor der Hand waren, weiß ich nicht. Aber dann haben wir einen Teil länger zu sein, was wir wollen können. Wie dann sagt in der 17. Versch, der Mür hat die Wänge, die Mord hat die Wänge, die werden ungefähr 70 Meter hoch, dort ist nur der Menschenmord, der Engel braucht. Das ist nur noch, wenn du eine Übersetzung lest. Eine einzige Übersetzung, das sind 7 Dollar, das waren die Wänge, die werden 70 Meter dick. Warum wirst du eine 70 Meter hoch gewohnt haben, wenn die Stadt von diesen 400 Kilometer hoch ist? Ich kann das nicht aufpassen. Ich glaube, die Wänge sind 70 Meter dick. Von hier bei der Hänge, das sind nicht mehr aus 20 Meter. Von hier bei der Hänge sind 3,5 Mal so weit. Bei den Jahren kommt die Gym, das sind 70 Meter. Das war dick. Die Wände sind. Aber das ist noch eine Übersetzung. Die Staatswege werden von Jahr bis zum Gebiet, in der Stadt selbst, von 8.000 Geld aus Glas. Weißt du, wie das Geld ist? Ich sage mir das von dir auch noch. Die Priester von dir sind 58.300 Dollar. Der Kilo. Und du weißt, das Geld ist sehr, sehr schwer. Eigentlich das Geld ist sehr schwer. Viel schwer als das Wunder. So dass das ein kleiner Gabsgefall. Wenn du das von dir auch wirst, dann wirst du 58.000 Dollar vertreten. Und das ist von eigentlich das Geld gemerkt. Und so wirst du, wofür das da passt nicht, oder wie du den Dollar schwit rechnen kannst, erst nicht mal so viele Nullen haben, wie ich da wieder übertreten kann. Die Grundsteine. Die Grundsteine. Die erste Grundsteine. Die dritte Chalcedon. Die vierte Sardinix. Die dritte Sardinix. Die dritte Sardinix. Die dritte Sardinix. und die Zweifel ein Arme testen, er kann nicht mehr wissen, was diese Steine sind. Aber wenn du dort im Dictionary abkommst, da sind alle die Steine. Wir haben, wenn wir Seier, Männern nicht romantisch sind, die sind nicht sehr romantisch, auf jeden Fall. Aber wenn die Männer noch mal einen Moment sind, wo sie romantisch sind, und dann kämpfen die ihre Brüder, ihre Frühe, einen kleinen Dämonen. Und dann haben wir uns alle Seier losgelassen. Wenn sie einen Traktor kämpfen, dann sind sie auch noch. Das sind meine Dierer, aber wenn sie eine Frühe in den Steinen kämpfen, dann sind wir ein bisschen sparsamer. Hier wäre das gar nicht sehr sparsam mit seinen Dierersteinen. Ich habe schon mal gesagt, die 12 Porten wären 12 Perlen. Jeder Port hat eine Port mit einer Perle. Ich sage mir das noch auf dem Internet. Eine Perle mit 18 Perlen, in ziemlich großen, nicht in den Bildern, die verdienen 1400 Dollar. Da gibt es meistens nicht in Mennonite, in der ganzen Welt, wo sie eine Frühe eine Perlenkral geben für 1400 Dollar. Das können wir nicht jemals kriegen. Aber nicht nur dort. Die Perlen, die wir dann verachteten, eine ganze Kral, die werden 9 Millimeter, 3 Achtelzahlen, das sind doch nicht sehr klein. Aber diese Port, die waren das 70 Meter dick, und diese Port wird von einer Perle gemerkt. Die werden nicht 10 Millimeter, sie werden 70 Meter, eine Perle. Die sind nicht geftet in der Haupt der Welt. Das ist, was in der Bibel sagt. Das ist, was sie sagen. So, in Irgendwo wird sie sagen, es ist sehr, sehr strong. Diese kleinen Perlen, wenn sie so viel von der Natur sind, von einer Kral, wie viel wird das dort? Und ja, wie viel noch haben wir, was wir hier geschrieben haben. Das ist, was Graut ist. Und die Gossen werden verachtet, und die Gossen werden, die Gossen werden. Und ich sage, dass ich ein Tempel bin, sagt er wieder, weil die allmache Gott ein Haar und das Lohn sind für an den Tempel. Die steht haftig nicht nötig, dass die Sonne oder der Moon zu nehmen schien, weil Gott seine Heiligkeit schien zu nehmen und das Lohn als ihre Lohn. Wo schafft das? Ich habe Menschen gefragt, was sie sehr scientifisch sind. Und da sage ich mir, dass alle Licht kämpft von der Sonne. Eine Sache oder andere. Entweder von der Sonne oder von der Sonne oder von der Wut, aber es kämpft auch auf alle mehr Sonnen. Wenn du die Sonnen auslöscht ist, dann hast du kein Licht. Hier sagt er, es ist keine Sonne und keine Moon in das Licht. Wisst ihr das? In der Erste Musik Johannes, wenn Gott die Welt erschöpft, der erste Tag wird Licht und der vierte Tag wird die Sonne und der Moon erschöpft. Ich erkläre mir das mal, scientifisch, wer dort erschöpft. Das kann ich auch nicht. Und hier ist es wahr. Das ist die Sonne und das ist die Moon. Und das ist eigentlich das Lamm, das Licht. Und in der Erste Johannes, da lezen wir von, das Licht, er redet von das Licht, er braucht ein woord, oder ein parable, oder ein sprachwoord, er redet von das Licht, er gemeint Jesus. Und so er redet von das Licht, mit dem Namen Jesus gemeint. Und da sagt er, und da hast du keine Schatten auch nicht. So im Himmel, wenn du den Schatten schmieden, dann wird er nicht sein. Du wirst kein Schatten sein dort. Hier haben wir alle wen, wir haben immer alle wen die Schatten sehen, nicht? Wir haben immer was für gute Dinge, aber dann sind da noch, wir brauchen noch das ein Sprachwoord, dann sind da noch Schatten die Schatten sehen, im Himmel werden keine Schatten sehen, da noch. Und die, 24, in der selben geworden, der Völkjahr, wohnen und eher Licht. Und ich kenne nichts, ob diese Ehe, die werden eher die Heiligkeit hineinbringen. Das freut mich, ich sage, ich kenne nichts, aber die werden eher die Heiligkeit hineinbringen. Und so wir werden unsere Heiligkeit, von den Mennoniten, die wir die auch hineinbringen. Ich denke, in der Gottesmethode, wir werden glanzweinig in die Rückwärts gehen, im Himmel. Und das, ich denke, ich denke, ich denke, das wird, wir werden im Himmel, wir werden schmalt, in Wurst, in Wernicke. Ich denke, wir werden schmalt, wir werden schmalt, in Wurst, wir werden schmalt. in das Laam, in das Lebesbuch, Und dann wird uns diese Dinge verspürt. Das Lied ist so einfach. Wer wird uns das sagen? Das Lied ist der Name der Beine. 22 Kapitel Umgebung ein. Dann weist der Engel mir einen reinen Strom von Lebenswasser, ein Kloß, ein Kristall, der kämpft von Gott in den Lamm ihren Thron. Die Mäden verlangt die Gassen. Jeder sieht Strom, stammt ein Lebensbaum, die zwei Fruchtarten und die Gäste. Die Beine brachten alle Monat ihre Arten. Die Beine blenden die Felge zur Gesundheit. Wenn ich diese Verschlesen lese, wir lesen von den Lebensbaum, lesen wir in 1. Mose, der 2. und der 3. Kapitel. Da wird einmal erst der Lebensbaum, wenn Gott sagt, von dem soll die nicht essen. Und dann, wenn es die, da werden wir zwei Bäume, der 1 von der Katniss, der schlachtet, und den Lebensbaum. Die 2 Bäume werden dort. In der ganzen Bibel ist nicht einmal mehr von den Lebensbaum geschrieben. Nur einmal in den 22. Kapitel, das letzte Kapitel, in der Bibel, wird er erwähnt. Der wird ein Lebensbaum sein. Der Lebensbaum wird 12 Arten mit Johann, der die Ärmer dreht. Der 3. Verschen, Und du hast schein verbunden, Meier, will Gott in das Lamm ertrauen, wort du werden sein, und die deiner waren am dein. Sie waren am, in das Gesächtchen, und wollen sie Nomen und ihre Stirn haben. So, wir wollen die Nomen von Jesus ab an unsere Stirn wo wir da haben. Wir lesen, wo uns immer sei gegrillt von Sothornstheken nicht so, von der Nummer saß, saß, saß. Weit ihr, dass dort ein Gattestheken ist? Da wird ein Pfirken von geschrieben in der Oppenbarung. Da lesen wir nicht sehr, aber hier wir nicht sehr viel von. Uns wurde immer bloß angegrillt mit den Sothornstheken. Warum in der Städte uns immer noch eine angegrillt von den Sothornstheken? Warum würden wir uns nicht sicher merken, dass wir Gattestheken am Stirn haben? Wenn wir Gattestheken am Stirn haben, dann brauchen wir nicht mehr ich sage nicht, dass wir nicht so ein Weichen davon haben, und wir wollen nichts mehr achten. Das meine ich nicht. Aber wir brauchen uns nicht grüllen für die Sothornstheken, wenn wir dort nicht wissen, dass uns nur noch am Lebensbüchern einschreiben. Dann braucht uns dort nicht mehr grüllen. Dann kann die Sothorn, die kann dann schreien und da unten drehen, oder in der Welt, wie kann es sein, wir müssen am Lebensbüchern einschreiben, und dann geht weiter. Mit dieser Nummer da saß, 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 wenn wir hier proben an zu grüllen, dann lebe ich lieber aufgeregt. Ich habe es besser, das zu tun. Und dann kann ich das tun. Und da wird keine Nachsagen, und da wird auch nicht an Lampen oder Sonnenlicht fehlen, weil es Gott der Haar erst veranlicht. Und sie wollen von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren. Dann sieht er zu mir, diese wird sind wahrhaftig und ab zu verlaten. Und die Heilige verweiten, ihr Gott, ein Haar, hat seinen Engel geschickt, zu zeigen, was nun bald passiert. Und sie haben die 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 geeft hat. Können wir uns an das holen. Und dann können wir mit Frieden und mit Tau vertrauen, auf dem Glauben wiederlesen. Ich will uns eine Geschichte vertellen. Das ist eine alte Geschichte, eine Mennonitische Geschichte. Das kommt in ein martyrisches Bild. Das passiert an 15, 19, 60. Das sind dicht an 500 Jahre Tage, was das passiert. Und es wird die Zeit, wo es sehr viel Verfolgung war. Die Geschichte ist auf Englisch. Ich würde hier immer sagen, ein Stück hat für ein klein bisschen. In 15, 19, in Holland, da war ein Mann, da war Hendrik, und das war in Diener für Evangelium. Das war fast genommen mit zwei anderen Mannen von ihrer Tau. Und das wird gefehlt, weil er glauben an Jezus Christus. Hendrik schreibt von seiner Gefängnis, dass er eine große Note hat, dass er Friede hat. Das ist das was ich schreibe. Ich will mitteilen, mit dem was der Friede und die Gefängnis Die Frucht, die mich aus dem Paradies aus dem Verschmack hat. Und seitdem habe, dass ich die Friede und die Friede habe. Ich fühle mich nicht würdig, diese Gemeinschaft zu haben, die ich mir leisten kann. in der Gefängnis Friede vom Hörn und die Gemeinschaft mit den Heiligen Jäsen. Ein von den anderen Gefängnissen der Schrift soll in seiner Familie. Wir preisen Gott dafür. Mein Wunsch ist, dass ich kann sein, dass ich nicht genug preisen, dass ich nicht will, dass ich kann sein Hörn. Meine Hoffnung ist, dass ich die Seine von Hörn das Körner bekomme, was reingemacht ist von der Welt. Oh Breida und Sester, was von den großen Stromversprechungen die wir haben für dich überwinden wird, und dass dein Kern ihre Lichter verarmt. schließlich wird diese drei Männer lebendig verbrannt. Die haben den Blick vom Himmel. Die preisen den Hörn für die Hörn. 2. Korinther 1, Vers 7. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 10. 10. 10. 6. 10. 10. 11. 12. 13. 18. 18. 20. 21. 22. 22. 21. 22. 23. 21. 22. 23. 23. verweichgekommen und wann das Leben nicht immer leicht ist. Aber wir haben die Hoge nicht erst für uns. Die Kampter und ab dort wurde erst der Abtuch verloten, weil wir noch zu beten. Vor dem Himmel, wir sind die Dank für alles, was wir da sind. Wir sind die Dank für den kleinen Blick, den wir uns gejebt haben, was in den Himmel, den schönen Himmel wird sein. Und so haben wir verloten es ab, dass die Wurde es war, das ist trü, und wir wollen daheim kommen, weil wir nicht wollen uns verrichten, weil wir wollen uns die Hau. Und so haben wir wollen sein, was wir überwinden sollen. Wir sind von dir, was in den Kampf durchgehalten worden. Und so diese Hoffnung, die fehlt uns, und wir freuen uns zu tun, wir preisen dir die uns, dass wir können zurückgehen unter diese Schriftnoten, die wir hier haben, und dass wir uns dort können mitholen, weil uns die Maut fehlt. Und so haben wir danken dir, wir preisen dir, was du in den Ringmeldung hast für uns, und wir lernen dir den Tag, wo wir können mit die Taub sein, und die Schöne, die neue Jerusalem, die neue Himmel, die neue Eid. Wir danken dir dafür, in Jesus' Sinnum. Amen. Und noch ein Schluss, Leitham. und noch ein Schluss, Leitham. Musik ön